Also 3, 2, 1 Heyo Crafty Friends, hier ist euer Creep Panther LP Heute ist mal ein Minigame dran Mit dabei ist der CreativeMD Hi! Und der Niko von Tutorial Center Einen wunderschönen Judentag Was soll ich das heiß? 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 Oh Tenshi! So ich nehme mir jetzt schon mal auf, aber ich schneide es eh raus Wie du bist so wunderschön mit dem Alles in bestimmten Hauchlein Bist du ein Priester? Naja, ich würde das auch wohl an Matthias, ne? So, kannst du losgehen? Warte nochmal auf eine Reihe mit dem meine Herrschaften Roman? Okay, 3, 2, 1 Heyo Crafty Friends, hier ist euer Creep Panther LP Heute ist mal ein Minigame dran Das nennt sich Fußball Mit dabei ist der CreativeMD Hi! Hi! Der Tenshi Hallo! Der Niko von Tutorial Center Guten Tag! Der Roman Und der Krimi Ja, heute machen wir Fußball Mit der Papi Spezialgästen Und ja, wir haben auf Teams gebildet Und wir wechseln jetzt in Channel Und ich würde sagen, lasst die Spiele beginnen! Mögen wir gewinnen! Wow! Okay, Leute Ach, so wunderschön Also wir haben das bessere Team, das wissen wir ja schon Also wenn wir jetzt eingeht, können wir auswechseln Weil ich glaub, du hast nicht die ganze Zeit Bock im Tor zu stehen Ich mag im Tor stehen, aber wir können natürlich auch auswechseln Ich mag den Okay Und das Spiel beginnt What the fuck Aus, Eindruck Ja genau, wir haben glaub ich Bohne gemacht Wow, wow Der ist meiner Achtung Ja, das ist jetzt Du darfst nicht über diese Linie treten Das ist das Wichtige Ja, aber doch wenn er rausgeflogen ist Also beim Tor würd ich schon sagen Wenn er doch vorbeigeht, dass ich ihn kriege Der auch nicht Ja, das wird zu weit raus Also zu weit, ja Das ist unfair Aber wenn er aus dem Tor rausfliegt Dann sollte man schon ihn in der Hand nehmen will Okay, jetzt hier Ich pass hier zurück, ja? Oh, oh Nein, ich pass hier nicht zurück Komm, komm Komm, hör raus Mist Ich schieb dich, ich krieg dich in den Lauf Renn Krimi Boah Wenn ich dich schieße Da ist er Das Krimi, du kriegst ihn Nein, der Torwart kriegt ihn Uuuuh Von hier aus sind wir natürlich nicht so viel Oh nein Du kannst auch ein bisschen mehr rauskommen So wie Roman Ja, ich bin halt Torwart, ich entscheide schon Wann ich rauskomme Hau ihn raus, komm Das war knapp Ja Krimi, perfekt Das Twirbeln ist ein bisschen schwierig in dem Spiel Ja Ich glaube, man kann hier gar nicht twirbeln Ich muss einfach immer backballern Ja, irgendwie schon Weil man kann hier mit Bande spielen, ganz gut Ah, Nico, hä? Hä, willst du Stress machen, Nico? Hä, willst du Stress machen? Geh weg aus meinem Strafraum Oh mein Gott Das sieht so behindert aus Wenn jemand läuft und derweil schießt Das ist meiner jetzt Den, 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 den Den, den So Äh, bis dahin duftest du nicht mehr raus Geht gar nicht Was? Du lüftest bis dahin die Antimeras Du darfst nur hinter sich Der ist doch vorbeigeflorene Ball Ich würde einen Abstoß machen Ganz normal Oh, war das ein Tor? Hey Hey Wuuu Wuuu Das weiß ich nicht, oder? Das war ein bisschen Sehr schön Sehr schön Ich würde einfach einen Abstoß machen, so 1-0 Wuuu Wuuu Ihr Loser He he Oh, da kommt der Ball Wann ich einen Abstoß machen eigentlich? Oder Anstoß, so wie das heißt? Ah Ja, aber das haben die anscheinend nicht gewollt Schönti, du darfst nur in diesem weißen Kreis Das ist mir schon klar Aber wenn der Ball rausfliegt Am Tor vorbei fliegt Wir spielen doch hier kein Eishockey, man. Hinter dem Tor vielleicht, ja, aber... Ja, dann sag ich doch jetzt zum Beispiel. Aber du bist schon vor dem Tor, nein, okay. Weil wir spielen ja kein Eishockey, dass man hinter dem Tor noch weiterspielen kann. Bandeln ist und rechts ist nicht okay. Und dann macht man das beim... Dann macht... Oh. Oh. Bietet man bei Halle eigentlich den Ball auch hinter dem Tor weiter, wenn man Halle Fußball macht? Das kommt auf allem, wenn man diese Füße eins nimmt. Weil das ist halt ein bisschen schwierig, ne? Ja. Okay, ich hab ihn rausgehauen. Beteiliger jetzt geworden, ne? Du brauchst ja mal hin. Okay. Ja, da musst du ja drin kleben, wenn's ein Tor ist. Ich hab Ballsing, ne? Oh Gott, sind die Umkleide gefallen. Ja, Leute, die Map ist ziemlich cool. Haben wir in stundenlanger Einzelarbeit zusammengebaut. Oder auch einfach runtergeladen und dann nach oben. Ist so ein Footballfeld. Ja, das ist eigentlich ein Footballfeld gewesen, das wollen wir nicht sagen. Sagen wir nicht, nee. Keiner gehört. Hier, Roman. Tor. 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 Okay, das war dann mal kein Tor. Auch wenn ich das später in der Zeitlupe nochmal zeigen werde. Ich liebe euch alle. Knubbel, Knubbel. Au. Paul. Paul, Paul. Ich muss den Chat schreiben. Ich muss den Chat schreiben. Kann ich schreiben. So, jetzt geht's jetzt los endlich mal da hinten. Ah, da kommt der Ball. Geht schon gleich zu Nico. Nein. Schieß, schieß. Sehr gut, gut Krimi. Oh nein. Oh nein, Nico hat den Ball. Gleich. Irgendwann. Da kommt er, da kommt er. Schieß, schieß. Ja. Ja. Oh, perfekt. Oh, mit der Brust angenommen. Nein, 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 nein. Nein. Oh, schade. Der war super. Oh, wieso fliegt der durch mich durch? Das ist so gemein. Was? Hackentrick oder was? Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tenshi, schieß raus. Er ist raus. Okay, warte. Ich spinne jetzt mal meine Sprint-Taste. Okay, man kann auch sprinten, Leute. Dann kriegt man vielleicht den Zorwart nicht so mit, aber... Ich kann doch gleich wegstellen. Tenshi, schieß! Tor! Das geht ins Tor! Oder auch nicht. Ja! Was, das ist ein Tor? Nice! Wuhu! Ja, ich bin nämlich ein Oliver Kahn. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hahaha! Ich mach es! Ich mach es! Let's shoot! Check! Komm, check! Du bist beschlagen, glaube ich. Yeah! Pass auf, der Ball... Au! Der Ball kommt, glaube ich, von dem Fuß. Gleich. Kripa versucht, deinen langen Schuss zu machen. Sehr stark hier. Ich habe halt sehr gut trainierte Beine. Als Torwart hat man die halt. Ja. Du hast den Schuss raus. Ja, ja. Tjong, tjong. Das ist so schwer. Ja! Es hat geklappt! Ja! Nein! Was hat geklappt? Ich sehe nur... Ich konnte mich an Kripa vorbeitrubbeln. Oh, oh! Mal... Ich kenn's nicht richtig. Ja, ja, ja! Ich hab natürlich die Zoom-Taste hier hinten weggemacht. Ich kann nicht mehr zoomen. Ja, den kannst du ja schon einstellen. Schieß drin! Alter, Nico ist auch so ein fauler Hund. Der steht die ganze Zeit hier hinten einfach nur rum. Und wartet, dass der Ball mal zu ihm kommt. Oh, da kommt der Ball zu mir! Und Tor! Nein! Nein! Was? Was? Wieso fliegt der denn da nach hinten? Warum fliegt der nach hinten? Oh nein! Nein! Oh nein! Es geht weiter. Das Leben geht weiter. What the fuck? Wieso ist der nach hinten geflogen? Gehst du mal raus? Und ich soll die Handschuhe nehmen? Ja, okay. Dann komm hier zurück. Komm zurück. Ja, ich dachte ein Anschluss jetzt. Oder nicht? Ja, nein. Von hinten aus. Das haben die auch gemacht. Äh. Geh mir schnell einfach die Handschuhe. Achso. Ihr müsst ja die Handschuhe raus. Was macht denn der jetzt hier? Ja, ich glaube der weiß nicht, dass wir einen Anschluss haben. Ah, lol. Einfach nur lol. Ja, das ist gut gemacht. Krimi, Krimi! Tenshi, du musst sprinten und springen! Los! Sprint er doch! Springen! Wir müssen springen! Springen! Oh, fuck. Der hat auch nach hinten geschossen gerade. Okay. Ich vertraue auf dich. Ja, komm zu mir! Was? Was? Wie ist der nach hinten geflogen? Wir haben zwei Bälle! Hä? Wie? Wir haben zwei Bälle? Hähn die Knochenball! Nicht gerade. Der interessiert mich. Krimi! Sehr gut! Sein Phantom! Sprinten! Sprinten! Oh nein! Ja! Das ist ein Eigentor gemacht! Ruder, rein! Eins! Ja! Genau, eigentlich kommt was hin zum. 9, 9! Ja, wir haben gewonnen! Oh, herzlichen Glückwunsch, Leute! Yeah, easy! Danke schön! Das war ganz einfach. Wir haben ein schönes Eigentor gemacht. Ich wollte auch mal ein Tor schießen. Ich habe ja vor uns eins. Ach ja, wunderschön. Das erste Spiel haben wir auf jeden Fall ganz klar gewonnen. Und mal sehen, wie es weitergeht. Das ist das erste Spiel. Tschüss! galen auch mal merde! Unde lektor. Dieses Spiel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kann sinnvoll. Tschüss! Tschüss! cules, abschne! Ich komme! Em Kinn! Komm!